6. Lösen die Stützenbusschen der Schraubenbusschein eine Bremsschein. 7. Retigen die Schraubenbusschein. Verwenden Sie einen Rennstückschrauben. 13. Weitere den Geholzge Wishlein. 14. Entfernen Sie WD-40-Spray. 15. Reinigen Sie die Motorradarmann. 16. Schrauben Sie die Motorradarmann-Spray. 17. Entfernen Sie die Motorradarmann-Spray. 19. Entfernen Sie die Motorradarmiera. Benutzen Sie die Motorradarmann-Spray. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Geben Sie Entfernung. Geben Sie den Drehmoment fangen. 3. Entfernen Sie die Befestigungseite des Drehmoment festen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. 2. Reinige den Stoßdämpflet. 3. Behandeln die Befestigungselemente der Befestigungselemente der Steigen Magen. 4. Reinigen Sie die Befestigungselemente der Steigen Motow. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 5. Reinigen Sie die Befestigungselemente der Befestigungselemente der Steigen Motow. 6. Befestigungselemente der Steigen Mogen Fremsen. Verwenden Sie Ölgutzen Kupfelschlüssel Nr. 16. Ziehen Sie die WD-40-Spray. Verwenden Sie WD-40-Spray. Verwenden Sie einen Retschraub. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Behandeln Sie die Befestigungsschraut. 10. Schrauben Sie die Befestigungselemente an den Bremsschraut. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 11. Entfernen Sie die Bremsschraut. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 12. Schrauben Sie die Befestigungselemente an den Bremsschraut. AUTODOC empfiehltere Zuf 14. Schrauben Sie die Pferde fest. 15. Schrauben Sie die Pferde fest. 3. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Entfernen Sie die Befestigungsschlüssel. 5. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben. 5. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 10. Entfernen Sie den Befestigungsschrauben. AUTODOC empfiehlt. Verwenden Sie eine Drehmomentschlüssel. AUTODOC empfiehlt. AUTODOC empfiehlt, den Sie meine Gütes und ständigen als Stoßdämpfung undיתann den BMWchimtest zu esperien. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 3. Schrauben Sie die Felgen lehr an. 4. Schrauben Sie die Fremde fest. Auf der packen Sie ein. Nass unseres Brügel ranzöser Felgen thäl attektivung. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Bis zum nächsten Mal.